ARD Text im Auftrag von Funk Ach hier gehts weiter in unsere Höhle Wir kloppen weiter und... Hast du gefunden? Super Hast du gefunden? Creeper Ich geh jetzt mal hier runter mittels Wasser Ich geh dem Wasser voll komplett... Ach hier war ich aber auch schon Ich hab Eisen gefunden Aber in einer ganz anderen Höhle Sooo schöne Minecraft Musik Ach schön ne? Romant Ich höre euch immer bei dinners Verbindern Dann läuft sowas Kann sich vorstellen wie ein dinner mit mir ist Ziemlich kackehaft Ziemlich kackehaft Ziemlich kackehaft Ziemlich kackehaft Ziemlich kacke Ziemlich kacke Ganz verweinen während im dinner Du? Ja Nur weil ich so romantisch bin Ja natürlich Kohle Yay Ich weiß nicht wo ich hingehen soll Hier geht irgendwo nirgendwo was weiter Ich bin einfach mal kurz wieder in unsere Höhle Hier gehts weiter Hier gehts weiter Hallo 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 Du bist ja irgendwo Ihr seid eh mal mir vorbeigelaufen Hier gehts Bei mir gehts auch weiter Schön sprechen Wo denn? Genau Ganz woanders Wurde ich mich jetzt einfach hier rein Fällig Oh in der Base Ich hab grad aus Versehen gegen mein Mikrofon gehauen Ich hab grad aus Versehen gegen mein Mikro geklopft Oh Na die ist nicht so gut Ja ist ein bisschen laut Sorry Uh also Nice Ich hab kein Holz mit Ich bin auch schlau Ich bin auch schlau Ich auch nicht Hä? Hallo 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 Ah hier gehts weiter Was wollte ich mit Oha Oh ne Kein Holz mit Ich hab auch kein Holz mit Was ist denn der einzige der Holz mit Ne ich hab auch keins Keiner hat Holz mit Ja Und wenn ich eben noch gesagt hätte sollen Holz mitnehmen Ja ich hab aber Ich hab blöder weiss das ganze Holz was ich mitgenommen hab in äh stickies umgesetzt Ja darum gehts ja ich glaub nämlich Also ich hab noch ne Axt aber die Ich hab ne Spinne gehört auch irgendwie Weg Oh Ah Ich glaub sie hier ein Metall weg Auf einmal Kommt ihr Wasser entgegen Das geht aber gar nicht Das geht aber gar nicht Das geht aber gar nicht Was für ein Wunder Gemüse Tomaten I need it Ich hab ein Dungeon gefunden Ne Doch Oh 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 Ja Wo bist du denn? Keine Ahnung Vor allem hier was besseres Alter hier ist so viel Redstone und so shit Wo bist du denn? Im Dungeon Keine Ahnung wo der ist Ich bin irgendwo hingelatscht Oh Gott hinter mir macht äh Oh Gott hinter mir macht äh Lass es gucken Ne mir macht äh Und alle Waaay Waaah Ja Ja ich spiel übrigens gerne allein Oh Da wo es gerade Brumm gemacht hat Da bin ich Das ist schlecht das hab ich nicht mal bis zu mir gehört Ach du bist unter mir Ich hab ja gedacht das ist ja ewig weg Unter mir Ja ich bin nur in nem Dungeon die sind meistens im Bitcoin Ach Nein Oh Oh ne ne Äh Wär man dann in den Kommentaren lesen Ja wahrscheinlich Legen sich wieder alle darüber auf dass ich so unglaublich gutes Minecraft bisschen habe Hehehe Oh Gott Oh Ja bitte Das hab ich auch gehört Das Bumm oder das O Gott Hehehe Bumm und das O Gott Jetzt hab ich dunkel gemacht jetzt seh ich den Namen nicht ein bisschen mehr ausleuchten alles möglich wenigstens kommt löder maus nervt mich und ich habe ich ganz genau gesehen herr krieg das hat gehört gehört das bumm ja dann kannst du runter zu mir kommen und unterwegs sagst mir dann bescheid wenn du in einem dungeon ist dann so richtig wenn er noch richtig soll ich redstone abbauen oder interessiert uns das nicht haben wir noch genug glaube ich nehme einfach mal mit ich nehme alles mittel war lieber die hacke hände es wäre echt cool wenn du kommen könnte es wäre ich habe keine fackeln mehr aber auch noch vier dann haben wir ein problemchen dann können wir einfach nicht weitergehen jetzt jetzt bin ich da wo du warst kohle vorbeigelaufen ja du meinst da wo ich in den anderen links rein geraben dann musst du nur um die ecke dann bist du bei mir ich sehe das schon unten steht irgendwo eine facke oh mein gott bin ich cool so cool ich habe gerade gehört wo der zombie steht und habe dann ein fußboot weggebuddelt weil ich unterhalb stand und da gestorben als er untergefallen ist mein gott so cool eigentlich ist mehr so cool ja und mein gott ne fußboot weggebuddelt so was von jetzt lust so eine kiste ich habe wales gefunden möchte mitnehmen ja vorher jetzt geht das mit dem trade stop darauf freue mich schon ich habe irgendwas gehört ja es wär echt nice wenn man mal zusammenkommt ich würde gerne mir das irgendwie markieren wo das ist ich glaube ich buddelt mich hoch da immer eine dumme art und weise aber es ist gut gut relativ weisen gefunden ja wieder ein ganzes ding ja wir laufen glaube ich gerade die ganze zeit aneinander vorbei irgendwie so ne 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 du bist noch und auch bist du unter mir ja hier ein zombie aber ich weiß nicht wo es und skelette hier auch skelette sind hier natürlich äh ladies ich glaube ich habe einen spinnen spawner gefunden und kämpfer wer hat die ersten diamanten ich bin auch ich glaube ich habe mir auch welche jetzt ja mach ich jetzt auch ich habe ein bisschen angst ich habe nämlich keine fackeln mehr und hier sind die ganze wieder dumme leute ok lass dir was hin und hier ist ein spinnen spawner ich möchte den irgendwie markieren und hier ist ein spinnen spawner ich möchte den irgendwie markieren ja die koordinaten aufschreiben ja fast geschummelt und tausend 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 kohle aber keine diamanten lapislazuli apropos lapislazuli wir sollten ein ding bauen das ja enchantment table warum man meine sachen verzaubern kann bringt genau was haben wir überhaupt zauber wie kriegt man die ich habe das noch nie gemacht dafür braucht man diesen enchantment table und bücherregale ja und bücherregal und dafür braucht man eine kuhfarm Ich könnte natürlich, ich bin natürlich auch dumm, ne? Ich habe das nicht. Nicht so schlimm. Ich habe übrigens Ginger. Ich auch. Ich könnte mir Fackeln machen, weil ich habe, guck, nur 60 und hier ist Holz. Ich bin ja in einem Dungeon, da ist ja Holz. Echse. Ich bin ein Zauberer. Ich bin so schlau. Du bist so smart. So smart. Mich so smart. Nix. So schmart. Ich bin ja schmarta starare. Gesundheit. Ich glaube, solange ich noch essen habe, bleibe ich noch hier und dann verkrümmt. Oh, wei. Das waren deine letzten... Nix. Du bist ja immer so fies. Ja, das ist doch jedes Mal so. Nimm ja dann. Ich warte hier nur ganz kurz noch. Bam. Shit. Ja, ich, ich baue mich nach oben. Ich habe drei Stacks von Kohle. Ich habe Chili Pevas, ich habe Boni, ich habe Tomaten. Ich habe Bell Pevas. Und Okra. Oh, ich habe den Fisch. Alles kaputt. So gemein. Klop, 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 klop. Ich bin jetzt wieder in so einer riesigen Schlucht. In wem? Ich will keinen wissen, was da oben ist, aber ich traue mich irgendwie hochbuddeln, weil da so viele Stunden und so hat es sind. Jetzt ist bei mir gerade einer auf den Kopf gesprungen. Ich weiß ja auch die ganze Zeit welche, aber irgendwie wollen die nicht zu mir kommen. Na gut, von hier buddeln ich nicht mehr. Also das ist meine Pikaqs. Das jetzt bisschen wert, ja. Was? Meine Pikaqs kaputt wird, bevor ich oben bin. Bitte was? Meine Pikaqs. Pikaqs. Kaputt wird, bevor ich oben bin. Ich bin mal verloren. Witzig glaube ich auch Oh, ich bin so tief, ich habe schon den Endstein Okay Würde ich doch, Zombie Ah, hier ist Endstein Ja, ne, das geht nicht aus Oh, geil, ich habe einen Mindcard gefunden Mit einer Box drin Ei, hier ist ja eh gleich der Ausgang Hat man doch eben gesagt Da, wo wir gesagt haben Da ist der Ausgang Dann ja Dann wahrscheinlich, ja Pile of Ashes, Conce Ja Oh, Gott sei Dank, ich bin draußen Oh, Gott sei Dank Und es ist Nacht Eine gute Sache Wenn er nicht so viel Oh, Gott, Creeper Oh, nein Oh, nein Er wird jetzt fast unseren Eingang zu nehmen Aber jetzt schnappt ihn Warte, man kann ich nicht jetzt die komischen Ding in den Gärten hochschwimmen Kannst du Gift Alles geht glaube ich nur, wenn man Da erstickt Das geht sich tatsächlich aus Oh, Gott, man darf natürlich dann nicht noch mal untertaufen und fast wieder runterfallen Ich habe einen Spinnenspawner gefunden Spinnenspawner Spinnenspawner Ich denke ganz viele Fackeln dahin, falls wir da noch mal irgendwann rein wollen Ich bin in die Farm Oh, nein, 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 nein Aizen, aizen, aizen Oh, nein, 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 nein Vielen Dank.